Du hast heute sehr gute Chancen auf den Sieg. Ziehen wir es durch. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Die Vorhersage geht weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Hamilton führt das Rennen an. Die Bremsen sind zu kalt. Du musst sie etwas aufheizen. Bremst die nächsten paar Kurven etwas stärker. Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Wir haben noch 40 Kilo Benzin im Tank. Noch 40 Kilo Benzin. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Reifen bekommst. Aktuell sind Sie in gutem Zustand. Der Wagen hinter dir hat Options drauf. Damit ist er im Vorteil. Der Wagen hinter dir hat秋 Das holt pro Runde um fünf Zehntel auf. Fünf Zehntel. Fünf Zehntel. Fünf Zehntel. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Fünf Zehntel. 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 Fahrer hinter mir. Das holt pro Runde um fünf Zehntel auf fünf Zehntel. Das holt pro Runde um fünf Zehntel. Hammond hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Das holt pro Runde. 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 Das holt pro Runde.